Mein Name ist Raphael Eisenberg. Ich bin Marketingverantwortlicher und Projektleiter für die Digitalisierung und seit zwei Jahren bei Pracht tätig. Wir sind ein deutscher Qualitätshersteller für Industriebeleuchtung. Das heißt, die Leuchten hängen da, wo es besonders raue Umgebungen sind und richtig viel aushalten müssen. Wichtig dafür ist, immer zu gucken, dass wir optimieren können, dass wir die Prozesse vereinfachen können und das war mit SolidWorks möglich. Im SolidWorks CAD machen wir den ersten Entwurf, gehen damit an die Lieferanten, fragen nach der Machbarkeit unseres Konzepts und pflegen dann eventuell Änderungen noch in der CAD-Konstruktion ein. Wenn jetzt eine Baugruppe eines Produkts fertig zusammengestellt wurde, dann ist natürlich gerade bei der LED-Technik die Frage, wie ist die thermische Situation und deswegen machen wir dann im Flow Simulation eine Temperatursimulation der Leuchte. Wir können dann auch die exakten Umweltbedingungen einstellen, die entsprechend der Kundenanforderungen an so ein Produkt entstehen. Es ist vor allem entlastend insofern, dass wir weniger Aufwand für die Messungen haben, dadurch, dass wir es simulieren können. Also schon im Voraus auch planen, für welche Lichttechnik die Leuchte geeignet wäre. Den SolidWorks Composer haben wir erst seit kurzem. Der ist zum einen für die Arbeitsvorbereitung sehr nützlich. Das heißt, wir können damit Anleitungen für die Fertigung geben, wie sie die Leuchte zusammenzubauen haben. Außerdem nutzen wir den Composer auch für Demonstrationszwecke für Kunden. Die Komplexität der CAD-Konstruktion macht es eben nötig, dass man für Präsentationszwecke sie auch schnell zur Verfügung hat und das ist mit dem Composer sehr einfach. Visualize ist sehr schön, weil es auch wie der Composer einfach ist, eine fertige bestehende CAD-Konstruktion in Visualize einzubinden und eine gerenderte Darstellung von einem Produkt zu machen. Gerade bei Leuchten- und beleuchteten Raum. Wie stellen sich die Reflektionen im Raum dar? Dann haben wir überlegt, wie wir es fürs Marketing auch benutzen können. Früher mussten bei den Montageanleitungen immer Fotos gemacht werden, da waren die Hände zu sehen. Es sah nicht so ganz professionell aus. Mittlerweile können wir durch Visualize ruckzuck ein schönes Bild rausrechnen, was fotografieähnlich ist. Dadurch, dass es einen großen Umfang an Funktionen hat, nicht nur CAD-Konstruktionen, sondern auch produktverwaltungstechnisch, erleichtert es einem sehr die technische Dokumentation eines Produkts. Es ist ja nicht nur, dass man für sich selber die Konstruktionsdaten haben will. Man will auch die Artikelnummern mit einbringen. Man möchte eben, dass das Ganze auch sich mit den Konstruktionsdaten deckt. Unsere internen Prozesse sind deutlich schneller geworden, weil wir alles aus einer Hand liefern können. Wir müssen nichts mehr dem Fotografen geben, weil wir durch Visualize es selbst machen können. Wir müssen keine Simulation mehr außer Haus betreiben, weil wir das in der Flow Simulation machen können. Das Unternehmen spart dadurch richtig Geld und Zeit. Wir können alles aus einer Hand jetzt liefern, weil wir alles in einem Paket bekommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.